Die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo nehmen ungeachtet aller EU-Appelle zu einer Verständigung nicht ab. Am Mittwoch nahmen serbische Soldaten drei kosovarische Polizisten fest, worauf die Regierung in Pristina die Grenzkontrollen anwies, alle Fahrzeuge mit serbischen Kennzeichen anzuhalten. Beide Länder stritten über den genauen Ort der Festnahmen. Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti erklärte, die Beamten seien 300 Meter von der serbischen Grenze entfernt auf kosovarischer Seite festgenommen worden. Das Eindringen serbischer Streitkräfte in das Gebiet des Kosovo sei eine Aggression und Ziele auf Eskalation und Destabilisierung ab, schrieb Kurti auf seiner Facebook-Seite. Shelko Brikic, Staatssekretär im serbischen Innenministerium, sagte, die drei Männer seien mehr als einen Kilometer tief im Territorium der Republik Serbien aufgegriffen worden. Beobachter fürchten, dass der Streit erneut Unruhen in den Gebieten der serbischen Minderheit im Kosovo auslösen könnte. Erst am Dienstag hatte sich Kurti auf europäischen Druck hin im Streit über Kommunalwahlen kompromissbereit gezeigt. Der Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Diese wird weder von Serbien noch von der serbischen Bevölkerungsgruppe im Kosovo anerkannt. Die NATO hat rund 4000 Soldaten in dem Balkanland stationiert, die den Frieden sichern sollen. Sprecher von Serbien